Jo Leute, willkommen zurück zu Just Cause 3 und ich würde sagen, mach mir mal weiter mit der Action. Okay, erstmal haben wir Granaten. Ja, nur eine. Und, das wird schon zerstört. Würde ich sagen, werfen wir mal eine Granate. Dorthin. Wow. Ähm, ich würde sagen, hier mach ich mal eine Abwurfstelle. So, Moment. Was hab ich für eine Waffe? Velschkovka oder so. Ups, falsche Tasse. Dann machen wir... Moment. Ähm... Hier oben. Dann... Nehmen wir die hier. Dafür will ich ein... Panzerfaust. Oha, okay. Ich kann nur das hier machen. Ja, das kann ich auch nicht machen. Und kann ich wenigstens einen Panzer holen? Panzer. Oh ja. Anfordern. Okay, Signal werfen und... Zwar... Hier. Auf den. So, dankeschön. Erstmal... Panzer. Guten Tag. So, noch welche Fragen? So, jetzt bin ich hier der Stärke. Ne, echt? Das erstelle ich zur Sicherheit. Und was noch? Äh, ups. Stirb. Hier noch. So. Noch was? Gucken wir kurz mal... Karte. Ach, geradeaus war was. Weg. Weg. Weg damit. Weißt du, dann fahre ich weiter. Und irgendwelche noch... Fragen? Ich glaube ja nicht. Moment, gucken wir kurz... Geradeaus noch. Okay, ich glaube... Ich sollte mal... Den anderen Weg nehmen. So. Ich glaube, ich bin nicht hier gefangen. Oh Mist. Da war es doch nicht so klug. Moment. Los, rückwärts fahren. Äh, vorwärts. Stopp. Ich will ja nicht runterfahren. So, weiterfahren. Ach, da kann ich hoch. Okay. Hoch mit uns. Guten Tag. Ich darf doch mitmischen, oder? Ach. Okay, das ist... Blut gelaufen. Sehr blöd. Rückwärts fahren, komm. Wenn wir jetzt nicht da durch können, weil wir einen Panzer haben... Stopp. Da war irgendwas. Muss ich zerstören, Leute. Okay, da ist auch noch jemand. So, mach das nie wieder. Verstanden. Hier noch einmal zerstören. Ach, guten Tag. Äh, das hier sicher auch noch zerstören. Dies Auto auch. Stopp. So, Moment. Getroffen. Wo gibt es noch solche... Opfern? So. Ja, wer braucht schon solche Sachen? Zum Beispiel das zerstören. Das zerstören. Damit keiner mehr reinfährt. Das lassen wir mal explodieren und... Ich muss dorthin. Ach, guten Tag. So. Oh, yeah. Freiheit. Ich kann mir eh mal neue Panzer holen. Das würde ich auch machen. Mit unser Freiheitspanzer. So, dankeschön. Und... Einfach geradeaus. Und da haben wir es auch eingenommen. Waffen. Okay, wir haben es hier... Genau jetzt eingenommen. Mann, ich bin nicht gut. So. Dankeschön. Neue Waffen. Und? Maschinengewehr, Wahnsinn. 1,4... Oh, Moment mal. Sag mir nicht, wir haben... Wir können hier springen mit unserem Panzer. Wie geil ist das denn? Und Nitro haben wir auch noch. Ähm... Muss ich irgendjemanden besiegen? Ja. Signale. Wollte euch nur mitteilen, dass die Basis von Porto Le Gratia zerstört wurde. Von wem denn? Du großartig so viele aufregende neue Projekte in unserem schönen Land zu sehen, oder nicht? Oder nicht? Viva Medici. Hm, schön. Ich glaube, er wird gezwungen, das zu sagen. Leider. Eigentlich freut er sich ja. Schätze ich mal. Ja. Mache ich. Und? Ich brauche Waffen. Und zwar einen Raketenwerfer. Das Ding sieht tödlich aus. Warum nicht? Und jetzt töten wir den mal dort hinten. Den wir besiegen müssen. Und? Ähm... Irgendwas mit unentdeckten Siedlungen. Dörfer und eine Stützpunkt. Helikopter. Ab zum Helikopter. Da ist noch jemand, der... Stress haben möchte. So, wie gesagt, noch drei. Und dann machen wir wieder die Hauptstory. Wer ist dort? So. Was soll ich da... Ich hier besiegen. Das gehört doch jetzt endlich mir. Attackiere Zielpersonen. Alle Einheiten hierher. Moment mal. Gött das nicht uns? Ja, das gehört jetzt uns. Was macht ihr noch hier? Und was soll ich hier besiegen? Seltsam. Suchprotokoll einleiten. Wow. Findet ihn, so schnell es geht. Schöner Bug. Oh, die Waffe gefällt mir auch. So. Jetzt wollen wir einfach mal weiter. Fliegen meine ich. Und zwar fliegen wir jetzt mal... ...ich hier hin. Einfach mal so. ...kurzer Überblick zu haben. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Gut. Überblick. Dort. Oh, da ist... Da sind schon sehr viele Sachen. Ich glaube, hier ist eine Stadt. Findet ihn, so schnell es geht. Moment. Sankt der Lukas. Guten Tag. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Entkommen. Und... ... ... Ich würde sagen, erst mal die Stadt zerstören. Und dann gucken wir mal weiter. Der Rebell ist entkommen. Und ich würde sagen, wir zerstören ihn mal vom Weiten. So. Guten Tag. Erst mal Treibstoffanlagen zerstören. Obwohl. Erst mal die hässliche Fratze wegmachen. Zerstören. Moment. Auf nichts. Kipp um. Kipp um. Ah. Kippt um. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. Seltsam. Komm, kippt er nicht um. Ah, dankeschön. So, erstmal das zerstören. Oh yeah. Ist auch noch. Und immer so weiter. Uh. Ganz erledigt sogar. Jetzt haben die selbst keinen Strom mehr. So, Moment. Oh, das da unten. Lebt noch. Da ganz unten. Moment. Hier. Ne, das ist schon zerstört. Schade. Was können wir noch zerstören? Ja, das. Und die Lautsprecher zuerst. So, dankeschön. Ja, das ist immer noch irgendwas. Was ich kaputt machen muss. Was ich nicht verstehe. Also. Besiegen. Obwohl wir ihn schon besiegt haben. Gut, dann. Suchen wir noch weiter nach den Lautsprechern. Hier ist eins. Oh, ein Propaganda-Van. Oh, 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 oh. Hallo. Fahr doch nicht weiter. Mensch. Ich hab dich lieb. Und er fährt noch weiter, wo die Schüsse sind. Wie dumm kann man nur sein. Stopp. Okay, Moment. So. Komm nur her. Okay, es brennt schon. Tschüss. Explodiert eh gleich. Ja, Mann. Plakate hab ich komplett vergessen. Zum Beispiel hier ist eins. So, dankeschön. Propaganda. Plakat. Noch ein Lautsprecher. Und was wird noch? Ach ja, Zerstörung. Oder unten. Hätte ich doch nur einen Raketenwerfer. Ähm. Ja. Stopp mal. Hab ich ja schon zerstört. Ich glaube schon. Moment. Bestellen wir das mal. So, feindliches Fahrzeug. Klar, warum nicht? Ungleichermäe ist auch hier. Auch da unten. Stopp. Dankeschön. Hier Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs. So. Komm schon. Auf dich hab ich gewartet. Die Lage eskaliert. Zusätzliche Einheiten sind unterwegs. Die Lage eskaliert. Nicht nur. Ich suche erst mal nach dem... ...Helikopter. Da. Dankeschön. Was? Nein. Ich werde sterben. Oh. Das tat bestimmt weh. Natürlich bin ich auch gestorben. Oh Mann. Warum konnte ich nichts machen? Ich meine, er könnte Wingsuit machen. Wingsuit. Na ja. Gestorben. Aber dafür haben wir die erobert. Diesen Dorf. Alleine ist oft gefährlich. Wenn du in ein Landfahrzeug mit L3 hübst, springen Rebent-Famil auf und fahren mit dir mit. Einfach so. Wenn ich hier richtig... Ich hätte erst volltanken sollen. Nö. Wozu brauchen die... Müssen die volltanken? Ähm. Wo bin ich... Stopp. Ähm. Moment. So machen wir das. So. Die nächsten. Hier. 84 Meter. Ach. Guten Tag. Alle Einheiten hierher. Ich wiederhole. Alle Einheiten hierher. Oh nein. Jetzt muss ich... Sorge für eine Bewüstung. Schon wieder. Hacken. Klar hänge ich das. So. Nachladen. Und weh. Du störst mich. Mann. Wie dumm seid ihr beim Zielen. Ach. Tut mir leid. Explodiert. So. Moment. Stört mich. Und... Ich bin dran. Wow. Ich hab selber eine Granat reingeworfen. Oh. Geht sterben. Okay. Moment. Es ist skaliert gerade. So. Ich brauch gleich neue Waffen. 72% schon eingenommen. So. Moment. Ich brauch Granaten. Da. Und... Zerstört. Zerstört. Und ja. Was noch? Ben rufen. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Es ist verrückt. Ganz schön verrückt. Scheiß mal gucken. Lass sie in Ruhe. Und du komm her. Jetzt nehm ich mal zwei Waffen. So. Mann. Fast keine... Äh... Komm. Darum mag ich eigentlich schnelle Waffen. Wir machen mit ihrer Schnelligkeit. Sehr viel... Moment. Wow. So. Moment. Ihr seid dran. Mann. Läuft ihr mir doch nicht hinterher? Strafe. Du meinst, ich muss für Verwüstung sorgen. Ja. Denkste? Das ist mir egal. Oh Mann. Zu spät. Propaganda und wir haben es geschafft. Hier. Gleich um die Ecke. So. Wir sind da. Hier genau unter mir. So. Wenn ich mal was versucheln, ob das wirklich geht oder nicht. Ah. Jetzt funktioniert das oder was? Ähm. Ach so. Das dauert nur ein bisschen. Ähm. So. Noch einmal und ich sei dran. Und jetzt raus aus meiner Stadt. Das haben wir jetzt eingenommen. Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. So. Dankeschön. Jetzt raus aus meiner Stadt. Wir haben es geschafft, Leute. Garage. Und noch eine Tour. Wir erobern das alles. Jetzt glaube ich, gehen wir dort hin. Mit einem Wagen. Sportwagen leider nicht von unten. Moment. So ein Wagen geht auch. Nicht schon wieder. Was heißt, nicht schon wieder habe ich dich einmal schon ausgehauft? Dann tut es mir nicht leid. Wir künden zu können, dass die Ravellos-Männer von Rico und seinen Rebellen aus Lantuina vertrieben wurden. Also raus mit euch. Schreibt Parcher an die erstbeste Wand. Viel Spaß dabei. Oh. Warum nicht? Jetzt haben wir das voll geschaltet. Wir können diesen Wagen ab jetzt überall hinliefern. Dankeschön. So. Zerstellen wir das gleich mal. Oh. Wir sind ja gleich schon da. So schnell. Das ist ja irgendwie eine kleine Provinz. Wirklich sehr klein. Oh. Okay. Das war die beste Idee des Tages. Ich muss erst mal kurz nachladen. Ich. Ich glitsche nach oben. Ja. Dankeschön. Aber ich würde sagen, ich gehe hier hoch. Erst mal. Das hier so hinsetzen. Und schnell da hochgehen. Dann werden wir auch nicht erwischt. Denken wir auch, das ist nur ein Arschlag. So. Explodier. Nein, echt? Dankeschön. Jetzt kommt dieses Geschrei schon wieder. Ah. Ja. Tut weh, ne? Ich mag dieses Geschrei hier mit diesem Spiel nicht. Hier wird immer und immer wieder abgespielt. Abgebrochen. Abgebrochen. Deaktivieren kann ich nicht. Schade. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. So. Dann zerstören wir erst mal alles, was wir sehen. Mit das, was wir sehen, meine ich den natürlich. Und. Was noch? Ja. Habe ich eine Granate? Nein. Die Polizei hat das Gebiet verlassen. 29% abgeschossen. So. Jetzt stören wir die Monitore oder deaktivieren die mal. Wohin? So, Moment. Ach, sei leise. Ich mache doch nichts. Die sehen mich, aber ich mache eigentlich gar nichts. Ach, darunter soll ich. Wo sie hinfliegen oder hintreten. Du willst nicht sehen, was. Du möchtest nicht sehen, dass ich gucke, was du treibst, ne? Ah. Alles klar. So. Was ich vorhabe? Natürlich gleich einen Panzer zu holen. Ähm. Das war ich nicht. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Da bin ich am sichersten. Warum? Das wird ihr da gleich sehen. Alle Einheiten hierher. Kann ich überhaupt? So. Moment. Ach, egal. So, danke schön. Gucken wir mal, wo die anderen sind. In der Nähe, wo ich bin. Hier ist eins. So, wo noch? Das kann ich zerstören. So, können sie mal sterben. So. Hallo. Ja, dann klappt es wohl nicht. Es brennt. Es brennt schon, aber es passiert nichts. Muss ich wohl dorthin, wo die Waffen sind. Los, ab dorthin. Ich sagte, ab dorthin. Schnell aber. Bevor es so spät ist. Gut. Dann stellen wir das. Und das. Dankeschön. Endlich uns nie das mal. Oh. Ich sehe gerade. Ich habe hier keine Waffen. Kann ich eine andere? Nee. Da liegt schon eine Waffe. Sorge für Verwüstung. Ja, mache ich. So. Oh. Guten Tag. Weißt du, ich höre gleich einen Panzer? Ich höre gleich wirklich einen Panzer. Und dann seht ihr gleich mal, was gleich passiert. So. Geht mal sterben. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Boah. Nee, oder? So. Ja. Genau meine Rede. Hacken und... Natürlich geht es weiter. Oh. Guten Tag. Helikopter rufen. Dann ruft mal Helikopter bei euch. Genau zum richtigen Zeitpunkt. So. Moment. Ja. Dann sehen wir mal, wie lange du überlebst. Nicht allzu lange. Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Ich habe schon Level 4. Äh. Habe ich ja scheiße gemacht. Oh. Cool. Da haben wir ihn. So. Runter mit dir. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Ähm. Wo ist unsere nächste? Irgendwo hier. Ah. Perfekt. Oh man, das ist ja gleich kaputt. Verstärkung ist unterwegs. Ich muss runter. Direkt runter. Okay, Moment. Doch, doch. Ich bin sowas von bereit. Ah, und da haben wir es. 100% geschafft. Sogar zwei diesen Part. Und demnächst nur noch eins. Und dann machen wir wieder mit der Story weiter. So, wir haben es geschafft. Jetzt raus aus meiner Stadt. Dankeschön. Drei von vier. Wo ist der vierte? Okay, das gucken wir dann im nächsten Part. Ich glaube eher hier irgendwo. Aber das gucken wir wirklich im nächsten Part. Also Leute, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.